yo leute was geht diablo wieder am start und die anderen verdächtigen natürlich auch wieder was geht leute ich habe so fette pflegeleiter können dir das ballast jetzt jetzt gibt es richtig kriegsschreibern warte kurz vor tschüss tschüss ok rein hier muss vorgegangen das ist unser team über schützen frontline habe ich xp verloren. alles klar. noob, noob. Alter nee dieser skill gefällt mir überhaupt nicht. LOL. rein. yo's das geht ab tschüss alter nein ok das war ein geist kopfloser geist rip Königin Asylantin Königin Asylantin wie das Bild mit der Hand und im Kopf Nein Oh, Abschirm, verarschst du mich? Mann, lieber Bahn-Frontline, Junge. Alter, meine, das macht so viel Schaden, aber ich habe nicht genug, um das Down zu casten, das nervt mich. Hashtag broken. Was meine ich? Böse ist halt weg. Arzt. Das geht ab, Leute. Oh Gott. Gut. Oh, da drin, die Böse, Gefangen und Befreit. Steht. Nice. Da sind noch mehr. Nein. Nein. Auf den Göttern zu danken, dank mir. Was ist denn mit dir, Fetty? Was zur Seite, Junge? Bubble, Alter. Oh, sind wir da drin? Hallo, Leute. Ich komme. Yo. Rein. Ballern, Jungs. Gegner. Oh, gute Gegner. Freude. Gute Gegner. Das ist für Schadenimmunmann. Rein da jetzt. Schlecht. Schlecht. Outer Tech. Auf die Schnauze. Oh Gott. Das nervt mich mit meiner Wut. Oh, hör doch auf. Ey, ohne Scheiß. Kannst du dir den Scheiß abschieben, Alter. Komm hier, weg da. Du fettes Stück. Weg da, sag ich. Haha. Hör, die bin weggeballert. Tschüss. Ihr müsst wissen, ich habe am Anfang Legendary getroppt. Er macht den Schaden von meiner, von dieser, dieser Fähigkeit hier. Bei den ersten fünf Gegnern um 50%, glaube ich, höher. Wow. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Ich habe einfach am Anfang getroppt. Es ist so ein richtig schäbiges Ding, aber der Schaden ist halt, mensch. Wack an! Es ist jemand unter uns! Zeig dir keinen! Dank sei den Göttern! Ja, alles klar. Erstmal rum, hey, Dank sei den Göttern. Einer fehlt noch. Ah, hier drüben. Hallo. Ja, hier unten. Vielleicht hier unten. Hier unten. Hallo? Kann man hingehen. Irgendwie nicht. Mein Gott. Warum verrecket ihr so langsam? Da, 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 da. Da, da, da. Ja, ho! Speedrun. I don't know. Da, ich soll. Der Dominik hat auch die Speedpill geschluckt, ne? Ja, ja, Mann. Nein! Da, und? Da ist er. Gebeine, ups. Ey! Aufmachen! Mach auf, ihr! Got it from my mama! Got it from my mama! Got it from my mama! Meine hässliche Bahnmutter! Sicher, dass es nicht der barbaren Vater war? Ich weiß. Mitte! Mitte! Aram! Es gibt nur eine Lane! Oh, random all mit! Oh, seid ihr alle so schnell! Ich bin so lahm, weißte! Hä? Ich bin der Einzige hier! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Alles so schnell! Ja, fährt die, komm ran! Ich hab mich den ganzen Tag Zeit! Oh, oh! Moin! Cool siehst du aus! Schaden kriegste! Skid ab! Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Auf die Schnauze! Grau! Oh! Oh! Reinspringen! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Blöse! Miroslav! Muss kurz was angucken! Watt! Wann er wieder Legendary bekommen der Lappen? Nice! Voll! Ja! Runter! Ich kann ja nicht runterjumpen! Nee geht nicht! Hab ich auch gerade versucht! Gegner! Oh lol! Hallo! Hallo! Geh mal, komm, wir haben Spaß, wuhu! Haha, was? Geh mal, was ist denn los? Keine Ahnung. Los geht's drüber ab. Oh Gott, hier ist Game Main Drecksau-Party. Oh, nice. Schüsch! Ist das eine Frau? Das ist die Kopflose. Also die könnte man jetzt easy von hinten ranzen. Neh mich. Wir bitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liege, meine eigene Liege, die ihr ein Kopfloch gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Glaub ihr nicht, nehm sie einfach. Geh halt die Sch... Aber die... Haha. Okay. Bis zum Schluss. Oh, alles klar. Der hatte keinen Bock mehr. Ciao, tschüss. Es gibt halt den Zeitpunkt, da muss ein Mann sagen, der muss mir auch meine Freundin... Da muss man halt mal Konsequenzen ziehen. Einmal den Kopf ab. Einmal den Kopf ab. Aber ich als feminine Barbarin unterstütze das nicht. Ja? Feminine. Hahaha. Das war der Größte. Hey, 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 hey. Ja, ist doch... Alter, du Affe, geh mal weg zur Seite. Das Geile ist, dass sie ihm langsam wirklich Schaden macht, also... Ja, ja. Wenn wir den keinen Schaden machen würden, würden wir ihn, glaube ich, richtig kaputt machen. Jo. Hm. Ich kann doch eine Qual höher stellen, wenn ihr wollt. Nee. Nee, lass mal, ich glaube, eine Qual höher wäre dann... Ich bin grad am Umrüsten. Was ist denn hier, wenn ihr Scheiße los, wenn ich am Ausrüsten bin? Ich bin eine Frau, mir ist Schmuck wichtig, Junge. Easy. Nein. Zack, zack. Junge. Alter, ich weiß, wie du grad abgehst, brauchst du Dreh mit Tampons. Legendary. Wurf. Ja, okay. Ja, gut. Also, ich will mal zusammenfassen. Ich hab das, was ich am Anfang gedroppt hab, für meine... Für meinen Spell hab ich grade besser gedroppt. Alles klar. Nice. Loll. Doch. Fiegt um. Nein. Schaden. Oh, Loll. War aber gut. Aber die ist so teuer. 30 Foto. Also musste ich erst mal leisten können. Ja. Hat da keine Rich Bitch? Alles klar. Ja. Ja. Es geht ab. Hallo? Ja. Ja. Blöde Marsch. Oh, hi. Demarsch. Mui. Moin. 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 Wo ist unser Mauch schon wieder abgeblieben? Ich weiß nicht. Arma. Es ist erstmal als Tony irgendwo eine Ecke. Und locker. Hey, der kann man locker runter, oder? Nee, kann man gar nicht. Oh, Gott. 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 Dann tränke ich die Scheiße ab, wuuu! Halt da rein! Oh, hier geht's noch weiter. Ich dachte gerade schon. Oh lol, da gehe ich rein. Hallo Freunde, es geht ab. Tschüss! Los da! Geht's fliegen, Jungs! Ey, ich kann die Arme stehen, die alte Arme stehen noch mit jemandem traden, wenn ihr wollt. Wenn die für jemand besser ist, nehmt die. Zum Beispiel Chris, weil du hast Stärke drin. Dominik, du hast dort. Also der Lebe-Effekt. Ja, nice, danke. Oh nein! Wir sind da! Lass sie doch mitnehmen. Such die Kammer des Leidens. Oh lol. Oh, oh! Oh, oh! Oh, das ist der Expoß! Oh Gott, der ist der Dicke! Oh Gott, nein! Fick die Dicken! Oder der ist aber! Oh, ich glaube der will durch! Ja, lass den mal raus, Junge! Junge, Free Sail! Lass mich rein! Okay! Steam Winter Sail! Ich bin zu spät! Ich bin zu spät! Ich bin zu spät! Jetzt ist er sauer, Alter! Ich glaube, das ist fresh! Okay, Dominik, Tank, wir gehen nach hinten! Okay! Ja! 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 Ja, Bock! Frauen Power, Jungs! Frauen Power! Frauen Power, Jungs! Ah! Bin da her! Oh, rip! Alter, Kimo, was ist denn mit dir? Ey, Kimo, bist du anergiert? Hast du DC oder so? Nee! Ich bin einfach hinten weggefressen, Mann! Ich wollte es machen halt! Ey, du bist ein scheiß Wonk! Was machst du denn? Wo bist du denn? Wie respawn? Warum bist du respawn? Ja! Ich hab ihn wiederbelebt! Ich hab ihn nur annehmen müssen! Lol! Ach, Kimo! Kimo! Ich hab nix, ne? Jetzt sterb ich wegen dir! Das dauert länger, du Affe! Jetzt ist es eingefroren, aber ich geh doch nicht ins Feuer! Rein! Oh, Feuer! Egal! Rein! Ja, ne! Au! Rein! Warte, oh! Hinterher! Rein! Au! Oh nein, Feuer! Ach, Scheiderfeuer, Junge! Steht drin! Au! Aua! Feuerball, Junge! Du, ein Feuerball, Junge! Aliens! Blitz! Blitz! Weg! Oh Gott! Bons! Ne, der ist auf Meteor gerannt und wenn du die Attacke macht, und wogegen reht, dann ist er gestandt. das hat er gegen mich an die Tür gelaufen und das ist nicht mehr und das ist vorbei das war alles verpasst aber wo wir haben wird doch einfach um das sagt nicht nie wieder ein Winter Sail für dich Legendary kann ich nicht aufnehmen Neues neues Wissen mal anglotzen hier wo kannst du jetzt zu uns porten? schon da ab in den Keller ich darf da hinten teleportieren das wäre super crazy ich vielleicht nein oh oh nee du Rito please Rito please bun fix please nerfy realia besser nerfy realia schsch 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 sch das war schon das glaube ich jo moin wir werden zu schsch sch Mein Schwert. Moin. Moin. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war, ich bin Tyrael, Tyrael. Ich bin Charlie, wie geht's? Ihr habt meinen Geist wieder hergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Ich fürchte keinen Dämonen. Ich werde Belial niederwerfen und auf seinen Leichnam spucken. Alles klar. Ich bin ein bisschen sauer. Könnt ihr? Jo. Bojen. Alter, liegt hier jede Scheiße rum, Leute. Ich rede jetzt mal mit Tyrael, ne? Jo, du das. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Deckard verdient diese Ehrerweisung. Magda und Belial werden seinen Tod mit ihrem Blut bezahlen. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Wie schnell das denn? Ja, ebenso. Das ist ein Engel, was erwartest du? Instaboost. So. Alles klar. Alles klar. Das war anscheinend der erste Akt. Ich hoffe, ihr habt euch so gut gefallen wie uns. Schließt, schließt, schließt. Das ist Frauenkommando. So sieht es nämlich aus. Und ja. Drei Engel und Charlie. Drei Engel und Charlie. Drei Engel und Charlie. Die schönen und das Biest, Alter. So sieht es nämlich aus. Jawohl. Das bin ich. Ähm, ja. Was? Ich muss es den Leuten erklären. Ne, genau. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Akt. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Squad Up. Und ansonsten haut rein. Gute Squad Out!